Für unsere Stadt Krefelder, für Krefeld! Also, Dankeschön an euch, Dankeschön an die Partie, ihr kommt von der Bauer, ein wenig so. Und viel Spaß mit uns heute, für die Pipo-Ine im Krefelder Zoo. So, alles anbietet am Freitagabend, um den Vogel abzuschießen, nämlich den Adler aus Mannheim. Dazu brauchen wir euch alle im König-Mannheim. Und für alle Fans einen schönen guten Abend, deshalb einen Besucher! Und Fans auf der SPD-Manngebiene und in den Branchen eine schöne Gute!